Das ist natürlich nicht verkehrt. Sehr schön. Das Lampenkabel müssen wir uns dann eh noch mit hochziehen, glaube ich. Wo ist die schon rum? Ne. Ich bin noch nicht rum. Aber der passt nicht. Ich brauche den da. Okay. Sieht ja trotzdem aus wie eins. Können wir schon so machen, denke ich. Ah, der ist weg. Meinen sind alle verkabelt? Ich glaube schon. Gut. Was ist das Lager? Na gut, wenn wir da irgendwas hinbauen, dann werden wir uns da auch eine Treppe hochbauen. Ist der jetzt fertig, ja? Boah, der ist ganz irre hier. Das werde ich auch noch im Beton machen. So, der ist noch nicht fertig. Oh, hier können wir ins Lager gucken. Warum ist das hier schon wieder bunt? Warte mal. Äh, ich werde mal probieren jetzt. Ich werde mal probieren jetzt. Customize. Lugster. Ah ja. Äh, wo habe ich sie denn? Oh. So. Lass mal welche herstellen. Äh, Customize. Oh. Eins. Zeug das irgendwie ja so. So, dann kommt die zwei. Dann machen wir hier die dreien. Und hier machen wir die vier. Die entwand machen können. Aber das wäre natürlich geil, ne? Aber egal. So, dann haben wir schon mal die Ausgänge definiert. Dann haben wir einfach sagen können, in welche Richtung man will. So, die können weg. So, wir brauchen Computer. Da hatte ich doch welche gemacht. Äh, hier. Hier, 100 Stück. Kann man sogar einstecken. Wir probieren es mal. Ist dabei, ha? So, zack. Ich glaube, ihr wissen was. Ah. Ja, das ist sweet. Äh. Jetzt in die erste Karte. Milestone reached. Die f nhubertärer will match die power-generation to the increased consumption of recently acquired technologies and buildings. Additionally, improved conveyor belts and Lifts kann jetzt konstruiert werden. Katerium-Scanning unlockt. Das wäre, glaube ich, das Nächste. Also. Also, jetzt müssen wir erstmal... Wo steht der? Der steht, glaube ich, hier. Wollen wir mal die Dinger aufmachen? Den Adventskalender? Latsch. Hm. Hä? Wieso? Die sollten da jetzt eigentlich aussehen. Wo habe ich denn? Moment. Ich habe doch irgendwo... Da drüben war es. Wir haben eine Reihe. Aber da steht er. Ich hole das Licht jetzt an. Ja. Wer baut das Ding auch da drüben hin? Ah, da ist noch ein Geschenk. Wenn dann hier noch eine Etage draufmachen, denke ich mal. Da kommen dann nachher die Drohnen hin. Einmal Blick ins Lager. Ja. Jetzt sind sie aus. Äh. Äh. Was wollte ich jetzt eigentlich? Der Motor... Äh. Computer herstellen. Aber ich werde mal hier die Tafeln schon mal überall dran machen. Ja, was braucht man denn dafür? Kommt gut an. Kommt gut an. Ah, ja. Wir müssen erstmal das Plastik hier vorkriegen. Ah. Dann machen wir die anderen Dinger. Die Räumen. Mmh. Eiyai Ei 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 ei. Мble ist das Ding eh nicht schon bauen. eh ei 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 ei... ach ich wollte ja ich wollte eigentlich die meines moin moin eisdrücken ich wollte eigentlich da ins abgucken die weihnachtskalender aufmachen die tür müssen wir auch noch fertig bauen drüben da kippt so viel zu tun warum habe ich eigentlich kein auto in der tasche man weiß es nicht man wunkelt nur so ich hier cool das ist der vierte 12 22 21 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 nun ist sie 2 ich habe keine ahnung ja ja das haben wir wenn wir eigentlich auch mal das zeug und das zeug solche konkreten werden aufgestellt und manchmal das tor das kommen wir da nie dazu wir brauchen halt schon richtig dann brauchen wir die öffnung die da ne genau brauchen wir den sonst funktioniert das nicht so ok einmal dann holen wir uns ein tor das wird vielleicht auch bei Wände so warum das ist da rein geh auf so dann hier wieder rein zu viel straßensperre hin genau so das tor hängen dann brauchen wir noch mal eine straßensperre dann hätte ich gern so ein string gedrückt fertig und fertig ist die tür ich wollte jetzt eigentlich in meinem aufstellen mal hier nebenbei noch mal die ganzen Wände zumachen da der einzige nachteil ist hier kommst du nicht mehr im auto rein der kotifung da hier bei zwei stellen wollen wir die meme rein speziane nein hoch nein so was brauchen wir denn jetzt wir müssen ja hier mal ein bisschen was tun äh ja wie kriege ich den baum gebastelt produktion werkbank wenn wir hier überall noch eine werkbank rein stellen kann ich die dinge überhaupt in der hand machen schimpfen die äh wie schimpfen die sich da 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 okay x-mess-zweig da kann ich wieder nur um konstruktor machen okay na pass auf wir haben aber geschenke haben wir ja schon exsammelt äh so dann müssen wir jetzt irgendwo das traktor hinbauen da ist doch ein schöner platz ich muss noch rauskriegen welcher war jetzt der mir die geschenke das ist unten das ist oben jawohl dann machen wir uns mal ein schildchen dran dass man wieder finden macht vielleicht sinn hier auch auf die rückseite zu bauen die schilder dann sucht man sich hier eh duslich ist da los ich hab doch eigentlich bloß ach ja ach ja ach ja so so was haben wir da eine treppe ich hab mir ne treppe ähm hm hm ja 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 sehr schön äh fangen wir mal an hier wir bauen und brauchen einen kleinen container wir können jetzt hier im k5 können wir machen sehr gut ähm k4 sehr gut oh die ahne ist schon wieder äh pass auf im k4 ähm kleiner container äh dann ein konstruktor geht's aus passt das ja sehr schön du sollst machen du sollst machen Moment Logistik ja ist doch was falsch glauben hier schon wieder das ist mein das ist mein jetzt werden keine ahnung mehr eingebaut so container container rein hm so jetzt hab ich hier aber noch keinen dauerschroben muss hier denn da irgendwo sein das ist licht hm 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 da ist dauerstrom hier müssen wir uns irgendwie hochziehen äh äh da geht der hoch kommt von da sehr schön ja da klebst man den da hier dran warum ist hier eigentlich schon wieder ja so dann müssen wir ihn wieder hoch ja so das ist licht ja das ist das licht ja das ist das licht ne das ist hier schon dauerstrom äh hm hm denk ich denk ich geh ich mal von aus ach ey wo bin ich denn jetzt wieder die das ist die wollte ich ja noch Batterien hinsetzen denn ich könnte mal noch eine höher setzen Hier machen wir noch eine Höhe. Genau, hier ist Licht. Geh her. Ah, das war eine ganz schöne Rickelei, ja das Ding zu bauen. Muss ich sagen. Das hat mich schon ein bisschen Nerven gekostet, bis das so weit war. Okay. Geschenke, ich habe da Geschenke mitgenommen. Gute Schmerzen! Geschenke, ich habe das Irgendwo haben wir noch Charts. Ich will ja natürlich da wieder nicht durch. Was ist das denn? Ja, fall rein. Das wollen wir noch irgendwo eine Treppe hinbauen. Ist jetzt das Ding endlich mal leer? Oh, nee, oder? Ja, hat es geschafft. Jetzt können wir das Zeug wegreißen. Und vom Lager nachher oben, von den... ...Gänzen. Spättern können wir auch noch etwas wegreißen. Ja. Wir haben es geschafft. Yeah. Lager weg. Und alles einsortiert. So, wir gehen mit. Speicherfreeze. Sehr schön. Ja, wir sind ja draußen, Parkwerke zu bauen. Okay. Äh, was wollte ich... ...das habe ich schon wieder vergessen. Ne, Charts wollte ich holen. Was sind hier noch drin sogar? Und... ...dass er kleines ist hier mit... ...wennst, was war es. Selbst- so, war es.